Habe ich ihn jetzt? Oh mein Gott! Ich habe ihn, oder? Da war ich zu übermütig. Ich war zu übermütig, ja. Scheiße. Dankeschön, du Arsch. Ist Faddle immer noch nicht da? Wo versteckt sich dieser Pisser? Oh Gott, im Himmel, wir müssen dringend Mädchen finden und Protektion. Intervall 4. Infiltration. Wir brauchen Heilung, wir brauchen Granaten, wir brauchen Muni. Wobei Muni haben wir, glaube ich. Guck mir nicht so an. Oh nein, wir fangen direkt mit einer Schießerei an. Willst du mich verarschen? Guck dir wenigstens machen. Guck dir wenigstens. Was ist denn für mich? Ohhhh! Das ist nicht witzig. Ich wollte... Was ist das denn für ein Speicher? Äh, Z ist hot. Das war ich nicht. Ohhhh! Ohhhh, ist das nicht witzig! Kommt schon! Von wo schießen sie? Was soll das? Bestimmt von da, oder? Ich kann mich auch nie bewegen. Ich sollte einfach rein. So, jetzt bin ich drin und ihr draußen. Damit müsst ihr jetzt leben. War das ein Scharfschützer, oder was ist das? Das ist übrigens nicht fair. Das muss ich eben noch klären. Das geht nicht anders. Erst dann können wir weitermachen. Wo ist da noch ein Pisser? Unten, oder? Ja. Unten war noch einer. Hi! Ist irgendjemand eine Waffe, die ich auch habe? Ich brauche dringend Heilung und Granaten. So, ist hier unten jetzt noch einer? So, da sind sie alle platt! Oh, bist du umgef... Wie mies war das denn? Er war kurz vorm Tod! Fuck! Kann ich mich von hier sehen? Ja! So! So, kannst mich mal! LZ ist hot! Was soll das heißen? Ne! So! So, war's das jetzt! In dem einen kleinen... Nicht schon wieder beleidigen! Oh, da ist eine Tür offen! Dankeschön! Dankeschön! Sehr nett von Ihnen! Und Sie haben bestimmt auch was für mich, oder? Ja, Dankeschön! Ich glaube, ich habe sie schon wieder gehört. Ich glaube, ich habe sie schon wieder gehört. Dankeschön! Nein! Erstmal sollten wir uns heilen. Dann sollten wir speichern. Und schon wieder wird gespeichert. Passiert wieder irgendwas? Für heute habe ich langsam genug. Ach, Menno! Ich wollte speichern, hm? Man merkt's! Ja, ich habe jetzt irgendwas kaputt gemacht. Das tut mir sehr leid. Was? Kommt da noch einer? Ich habe ihn noch labern gehört. So, war's das jetzt? Vielen herzlichen Dank auch! Würde ich auf Normal spielen? Ich hätte schon längst aufgegeben. Wahrscheinlich. Oh, ja! Ach, das ist voll! Oh, gar nicht! Wollt ihr speichern? Wollt ihr speichern? Das ist ein Hinterhalt! Wies! Wo seid ihr? Da wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er denn da mit dem Schwimm? Äh... Ja, schön, dass du mich siehst, aber ich dich nicht! Ach da! Ach da! Ja, komm her! Komm doch gleich bestimmt da runter! Komm doch gleich bestimmt da runter! Ja! Gut nicht! Das ist nur Waffe für mich! Dankeschön! Sehr freundlich! Ich weiß doch nicht, wo du herkommst! Das ist mir aber egal! Ich hoffe, ich habe sie jetzt alle! Der Z ist hot! Ja! Wir werden das gleich wieder umbenennen! Dankeschön! Kommen jetzt noch welche? Oder bin ich jetzt für einen Moment mal sicher? Das sind wieder welche! Ich habe euch doch gehört! Wo seid ihr? Ist mir was? Ja, wo? Ach da! Ja, komm her! Ich gebe dir Backup! Penner! Solche Penner! Wir müssen uns mal eins gönnen! Sonst sterben wir sehr bald! Dankeschön! Vielen herzlichen Dank! Da ist eine Tür! Wo führt die hin? Habe ich dann endlich mal Ruhe? Noch einmal speichern! Weil's so schön war! Und dann öffnen wir diese Tür! Ach! Es saved sowieso gerade wieder! Weil wir wieder auf einem Dach sind! Wollt ihr mich? Was machst du denn für ein Tanz da? Was war das denn? Okay, er hatte nicht mal eine Chance. Aber trotzdem! Und triff ihn doch! Er hat ihn nicht für ein einziges Mal getroffen! Dankeschön! Sehr nett von ihnen! Sehr nett von ihnen! Ah! Geht das jetzt die ganze Zeit so weiter, oder was? Oder war's das jetzt? Geht's mir? Naja! Geht's mir? Naja! Ich behalte meine Waffe! Ja! Wir haben uns gegenseitig gesehen! Wir haben uns gegenseitig gesehen! Was war's das jetzt? Danke! Wäre ich mal andersrum gegangen! Wir brauchen dringend wieder Heilung! Wir müssen wieder horten! Da wird jetzt nichts unter der Treppe geben für mich! So, haben wir jetzt endlich mal Ruhe! Mal Ruhe! Ach kommt! Es ist langsam nicht mehr witzig! Aber solange kein Großer mehr kommt... Ist egal! Die Großen sind echt schlimm! Nur für einen Moment... Oh! Das hört sich sehr stark nach dem Mädel an! Und damit sag ich dann... Beenden wir! Und gucken dann, wie's das nächste Mal weitergeht! Ich speichere jetzt noch eben... Die Ruhe vom Sturm! Und gucken dann mal, wie's weitergeht! Bis zum nächsten Mal!